Ja, hallo! Wir haben ja bereits die Abdeckregel kennengelernt und wir wissen, die Abdeckregel ist anwendbar, wenn im Nenner nur einfache Linearfaktoren vorkommen. Das ist hier allerdings nicht der Fall, denn ich habe ja hier einen doppelten Linearfaktor. Hier steht ja hoch 2, das heißt der Linearfaktor x-1 kommt doppelt vor. Ja, auch dann kann man die Abdeckregel anwenden, allerdings muss man da einen Trick anwenden und diesen Trick zeige ich euch in diesem Video. Ja, der Trick besteht nun darin, dass ich zunächst einmal diesen doppelten Linearfaktor aus dem Bruch herausziehe, indem ich das Gesetz über die Multiplikation von Brüchen rückwärts anwende. Das Gesetz über die Multiplikation von Brüchen lautet a durch b mal c durch d ist gleich a mal c dividiert durch b mal d. Und dieses Gesetz wende ich jetzt rückwärts an. Das heißt, ich ziehe einen dieser Faktoren, zum Beispiel das b, hier raus. Dann erhalte ich x² dividiert durch x-1 mal x-2 mal 1 durch x-1. Wir können ja überprüfen, ob wir das richtig gemacht haben, indem wir diese beiden Brüche wieder multiplizieren. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Also einmal x² ergibt x², das ist richtig. Und x-1 mal x-1 mal x-2 ergibt x-1², das haben wir hier, mal x-2. Das haben wir hier, haben wir also richtig gemacht. Wir haben einmal hier diesen doppelten Linearfaktor rausgezogen. Ja, und dadurch haben wir eben erreicht, dass im Nenner nur noch einfache Linearfaktoren vorkommen, zumindestens hier schon mal in diesem Bruch. Allerdings haben wir ein neues Problem geschaffen in diesem Bruch. Was könnte das für ein Problem sein? Ja, das Problem ist, das Zählerpolynom hat den gleichen Grad wie das Nennerpolynom. Hier habe ich den Grad 2 und wenn ich die beiden Klammern ausmultipliziere, habe ich auch ein Polynom zweiten Grades. Ja, und wenn der Grad des Zählerpolynoms gleich den Grad des Nennerpolynoms ist, dann kann ich ja die Partialbruchzerlegung gar nicht durchführen. Ich darf da gar keinen Ansatz machen. Das ist ja die Voraussetzung für die Partialbruchzerlegung. Ja, und deshalb muss ich noch einen zweiten Trick hinterher schieben. Ich wende hier diese Regel nochmal an und ziehe eines dieser beiden x hier hin. Das heißt, ich habe hier x², da mache ich ein x raus und schreibe dieses x hier hin. Kann ich ja überprüfen. x mal x ist x², ist also richtig. So, und jetzt ist zumindest schon mal dieser Bruch hier dafür geeignet, eine Partialbruchzerlegung mit der Abdeckregel zu machen. Denn erstens ist der Grad des Zählerpolynoms kleiner als der Grad des Nennerpolynoms. Also eine Partialbruchzerlegung ist möglich. Und außerdem kommt jeder Linearfaktor nur einmal vor. Und deshalb darf ich die Abdeckregel anwenden. Gut, dann machen wir das auch mal. Wir wenden jetzt hier auf diesen Bruch die Abdeckregel an. Das ist ganz einfach. Dann machen wir zunächst einmal den Ansatz. Ja, wie lautet der Ansatz? Der lautet a durch x minus 1 plus b durch x minus 2. So, jetzt müssen wir a und b bestimmen mit der ganz normalen Abdeckregel. Wenn wir a bestimmen wollen, müssen wir x minus 1, also den Term, der da drunter steht, abdecken. Also decke ich den mal hier ab. Und jetzt den Grenzwert für x gegen plus 1 bestimmen. Das heißt, ich muss hier und hier 1 einsetzen. Machen wir das mal. Dann habe ich hier 1 durch 1 minus 2. Das ergibt zusammen minus 1. Das gleiche machen wir mit dem b. Wenn wir das b bestimmen wollen, müssen wir den Term, der da drunter steht, abdecken. Also dieses x minus 2. Dann den Grenzwert für x gegen plus 2 bestimmen. Das heißt, hier muss ich eine 2 einsetzen und hier. Dann erhalte ich 2 durch 2 minus 1. Also 2 durch 1, das ist 2. Mein b ist also gleich 2. So, und dann kommt natürlich noch dieser Term hier hinter. Jetzt würde man eventuell folgendes machen können. Diese Klammer hier erstmal ausmultiplizieren. Und dann müsste man noch ein paar mal die Abdeckregel anwenden. Es geht allerdings auch leichter. Und zwar kann man hier erstmal eine Partialbruchzerlegung machen. Allerdings sehen wir wieder, dass wir da ein Problem haben. Der Grad des Zählerpolynoms ist gleich dem Grad des Nennerpolynoms. Und dann müsste ich jetzt eine Polynom-Division machen. Kann ich euch ja auch mal eben zeigen. Aber danach zeige ich euch, dass es auch einfacher geht. Also zunächst mal die Polynom-Division. Das würde heißen, ich dividiere hier x durch x minus 1. So, ich dividiere die größten Potenzen von x. Dann erhalte ich hier 1. Und einmal x minus 1 ist x minus 1. Das ziehe ich jetzt hier ab von diesem x. Dann habe ich x minus x, das ergibt 0. Und x minus minus 1 ergibt 1. Und 1 durch x minus 1 ergibt 1 durch x minus 1. Also den könnte ich zerlegen in 1 plus x minus 1. Äh, Quatsch. 1 plus 1 durch x minus 1. So, dadurch. Es geht allerdings auch einfacher. Und das zeige ich euch mal daneben. Ich kann hier einfach folgendes machen. Ich habe den hier und will den in Partialbrüche zerlegen. Und dann mache ich folgendes. Ich schreibe einfach hier hinter. Ich mache es jetzt mal in grün. Minus 1 plus 1. Das darf ich ja. Ich darf ja 1 abziehen, wenn ich die 1 direkt danach wieder addiere. Das ist ja erlaubt. So, und jetzt schreibe ich den Bruch einfach durcheinander. Äh, äh, auseinander. Dann habe ich hier einmal das und einmal das. Also einmal x minus 1 durch x minus 1. Also das hier durch das hier. Und dann das hier durch das hier. Also 1 durch x minus 1. Und dieser erste Bruch ist gleich 1. Und der zweite Bruch bleibt gleich. Und ich sehe, hoppla, da kommt ein Minus hin. Und ich sehe, da kriege ich genau das gleiche raus, äh, wie bei der Polynom-Division. Aber das hier ist viel einfacher. Einfach Minus 1 plus 1 dahinter schreiben und dann den Bruch auseinanderschreiben. Gut, aber egal, ob ich das jetzt so mache oder so, auf jeden Fall kann ich diesen Bruch hier ersetzen durch dieses Ergebnis. Also durch 1 plus 1 durch x minus 1. So, das wische ich wieder weg. So, jetzt müssen wir die beiden Klammern ausmultiplizieren. Also jedes Glied mit jedem Glied multiplizieren. Das hier mal das hier ergibt das hier. Also minus 1 durch x minus 1. Das hier mal das hier. Was ergibt das? Zähler mal Zähler ergibt minus 1. Und Nenner mal Nenner ergibt x minus 1 zum Quadrat. Gut, dann das hier mal das hier ergibt ganz einfach den ersten Bruch. Und das hier mal das hier ergibt 2 mal 1 ergibt 2. Und das hier mal das hier ergibt x minus 1 mal x minus 2. So, gucken wir mal, wo wir schon überall Partialbrüche haben. Das ist ein Partialbruch. Das ist ein Partialbruch. Das ist ein Partialbruch. Das ist noch keiner hier. Also hier haben wir noch mal was zu tun. Da müssen wir noch mal eine Partialbruchzerlegung machen. Aber da können wir auch wieder die Abdeckregel anwenden. Unser Ziel ist ja, nur mit der Abdeckregel auszukommen, damit wir nicht die Koeffizientenregel benutzen müssen. Und dann müssten wir nämlich, wenn wir die Koeffizientenregel benutzen, wieder diese linearen Gleichungssysteme lösen. Das ist ja hässlich. Gut, also machen wir das mal eben. Ich schreibe erst mal die ersten Terme hier wieder ab. Also minus 1 durch x minus 1 plus minus 1 durch x minus 1 Quadrat plus 2 durch x minus 2. So, und jetzt kommen wir hier zu unserer Aufgabe, da eine Partialbruchzerlegung mit der Abdeckregel machen zu müssen. Da machen wir zunächst wieder den Ansatz. Also a durch x minus 1 plus b durch x minus 2. So, a und b wieder bestimmen. Wie bestimmt man a nach der Abdeckregel? Da müssen wir den Term, der da drunter steht, abdecken. Und jetzt den Grenzwert für x gegen plus 1 bestimmen. Also überall plus 1 einsetzen. Dann habe ich hier 1 minus 2, das ist minus 1. und 2 durch minus 1 ergibt minus 2. Das gleiche machen wir mit dem b hier. Um b zu bestimmen, sagt die Abdeckregel, müssen wir den Term, der da drunter steht, also x minus 2, abdecken. Und dann den Grenzwert für x gegen 2 bestimmen. Ja, setzen wir hier 2 ein, dann erhalten wir 2 minus 1, das ist 1. Und 2 durch 1 ergibt 2. Gut, jetzt können wir noch folgendes machen. Wir können gleiche Terme zusammenfassen. Ja, fangen wir mal hier an. Da haben wir hier einmal 2 durch x minus 2. Das haben wir hier nochmal, das ergibt also zusammen 4 durch x minus 2. Also die beiden hier habe ich zusammengefasst. Gut, wo können wir noch was zusammenfassen? Wir können hier noch das hier zusammenfassen, weil hier steht x minus 1. Und hier steht auch x minus 1, können wir auch zusammenfassen. Dann erhalten wir zusammen minus 3. Minus 1 und hier haben wir minus 2, ist zusammen minus 3. Und der Nenner ist hier bei den beiden x minus 1. So, machen wir allerdings ein bisschen hübscher, das Minus schreiben wir hier vor. Gut, und dann bleibt dann noch einer übrig, nämlich er hier. Und dann machen wir wieder das gleiche, das Minus schreiben wir da vor. Dann erhalten wir minus 1 durch x minus 1 Quadrat. Ja, und das ist auch schon unser Ergebnis. Ja, machen wir zum Ende des Videos nochmal eine kurze Zusammenfassung. Unser ursprüngliches Problem in diesem Video war gewesen, dass wir hier die Abdeckregel nicht anwenden dürfen. Warum? Weil hier mehrfache Linearfaktoren auftreten. Dann darf man die Abdeckregel nicht anwenden. Ja, und da hatten wir uns einen Trick überlegt. Und der Trick lautete, wir nehmen diesen mehrfachen Linearfaktor und ziehen ihn hier einfach hinter dem Bruch. Wir schreiben den extra, in einen Extrabruch. Dann haben wir hier nur noch einfache Linearfaktoren und da darf man ja die Abdeckregel anwenden. Allerdings hatten wir durch diesen Schritt ein zusätzliches Problem geschaffen, denn hier stand ja ursprünglich eine 1 und hier stand x Quadrat. Und wir wissen, wenn das Zählerpolynom den gleichen oder einen größeren Grad hat als das Nennerpolynom, dann darf ich ja gar keine Partialbruchzerlegung machen. Da müsste ich vor eine Polynom-Division machen. Ja, und da hatten wir uns einen zweiten Trick überlegt und der lautet eben, ich nehme eines dieser x hier, einmal den Faktor x und schreibe ihn hier hin. Also hier einmal weg und einmal hier hin. Ja, und dann war unsere Welt in Ordnung, denn einerseits dürfen wir jetzt eine Partialbruchzerlegung, also den Ansatz der Partialbruchzerlegung machen, denn das Zählerpolynom hat einen kleineren Grad als das Nennerpolynom. Und außerdem dürfen wir für diese Partialbruchzerlegung auch die Abdeckregel benutzen. Das war ja unser Ziel, denn im Nenner treten nur noch einfache Linearfaktoren auf. Ja, damit sind wir am Ende. Im nächsten Video geht es dann mit quadratischen Faktoren weiter, das heißt, wenn bei der Linearfaktorenzerlegung des Nenners konjugiert komplexe Nullstellen auftreten. Hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.